Ja hallo liebe Jackit Community, mein Name ist Norbert Wallner. Ich bin Schlagzeuger unter anderem bei den Bands Facelift und Tuesday Microgrooves. Ich möchte euch liebe Grüße aus der Quarantäne schicken und euch und euren Familien viel Gesundheit, ein frohes Osterfest wünschen. Keine leichte Zeit momentan. Vielleicht aber auch eine gute Gelegenheit wieder ein Instrument zur Hand zu nehmen, ein Instrument zu lernen, zu üben oder auch Musik zu hören. Da hätte ich auch vor allem zwei Musiktipps. Das erste wäre Tuesday Microgrooves Bigger Than Us, gerade neu erschienen. Und das zweite von Facelift The Falling Trees. Beide Alben sind auf allen Plattformen zu erhalten nachzuhören, also Spotify, iTunes und so weiter. Live wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es wieder Konzerte gibt. Aber nutzen wir die Zeit inzwischen. Positiv bleiben, viel Gesundheit, alles Gute. Ciao. Gute-Bild Yacht Gute-Bild Yacht Gute-Bild Yacht Gute-Bild Yacht Untertitelung des ZDF, 2020